Guten Morgen, heute startet dann Schwarzwald, es geht los, ich bin noch etwas verschlafen, aber bis in drei Stunden beim Start wird auch das vorbei sein und dann bin ich ready to race. Also ich bin jetzt eigentlich schon fast stark klar, fähren nur noch die Schuhe, der Helm, die Brille und die Handschuhe. Wir fahren heute genau 78 Kilometer und 1560 Höhenmeter. Ich denke, das ist für den ersten Tag gut machbar. Die sieben, sieben, sieben. Viel Erfolg. Stau, die Steffi, Stau. Stau, die Steffi, Stau. Also, lieb benefits man die Schuhe und die Gehe between den Eren und rein und ich sage很arus Ich komme nicht auf besondere Schuhe, ich bin ein steuer notebooks. Es ist ja so, dass ich im Moment halt eigentlich aus der Verletzungspause komme. Mir fehlen noch ziemlich Grundlagenkilometer, darum, wenn ich eine Etappe gewinnen will, dann war die Erste sicher die Beste für mich, weil mir einfach im Moment noch die Grundlage fehlt. Und ich denke, es wird jetzt von Tag zu Tag härter, aber die anderen werden auch müde darum. Heute war ich die Beste, morgen geht es wieder von Null los, aber ich glaube, jetzt habe ich zumindest mal was im Sack gezeigt, ich bin zurück und die Woche könnte ganz gut werden.